Dürfen wir das Kind küssen? Kannst du mir Avi geben? Nicht jetzt. Komm. Es ist kalt draussen. Lass ihn einfach. Was soll ich Ihnen sagen? Dass er schläft? Avi schläft. Es ist kalt draussen und wenn sie sich nicht so anstellen würden, könnten sie reinkommen. Sie erlaubt es nicht. Eine Schande. Ich kann es nicht glauben, dass wir uns nicht von Avi verabschieden können. Er ist wie unser eigenes Kind und das tut weh. Das tut mir leid. Ja. Sie ist wirklich böse.